Musik Wir haben wieder TSG Neustrelitz, Tennis Borussia Berlin, Endstand 2 zu 2. In Neustrelitz gibt es ja einige, die wir erklären, aber gewohnermaßen beginnt natürlich mit unseren Gästen und wir begrüßen René Lorenz. Ja, hallo. Aufgrund der ersten Hälfte muss man ja schon sagen, dass die TSG uns hier heute am Leben gehalten, im Spiel gehalten, weil wir dürfen uns nicht beschweren, wenn wir mit 4 oder 5-0 in die Pause gehen. Wir waren zwar körperlich anwesend in der ersten Hälfte, waren aber geistig entweder in Berlin oder im Bus, haben dann in der Halbzeitpause zwei Wechsel vorgenommen, ein bisschen was umgestellt, haben dann halt auch mehr Leidenschaft, mehr Aggressivität und mehr Willen reingeworfen in die zweite Hälfte, haben uns dann doch mal die eine lange Torschance herausgespielt, haben uns dann halt auch noch ein bisschen offensiver gespielt. Klar, dass wir dann nachher auch nochmal den einen oder anderen Konter laufen, ist auch klar, aber für uns war das hier heute definitiv ein glücklicher Punkt. Ja, herzlichen Dank. Ich bin mir so gespannt, wie sich der TSG uns dreht, natürlich zu unserem Trainer Thomas Frankel. Ja, nachher die Runde, so wie immer. Zum Spiel, boah, in der ersten Hälfte war das wirklich eine sehr, sehr gute Leistung. Also ich glaube, fast am Maximum on point. Großes Manko, Chancenverwertung. Wir haben unsere spielerische Linie durchgezogen, wir wollten die Tiefe attackieren, wir wollten immer wieder pressen vorne. Das hat die Mannschaft sehr, sehr gut umgesetzt. Wir wussten um die Qualitäten von TB. Wir wussten, was wir wollen. Haben wir in der ersten Hälfte, glaube ich, nicht einmal zugelassen, dass wir diese Halbfeldbälle spielen können im Zentrum zu Nackermann. In der zweiten Hälfte wussten wir, 2-0 ist immer so ein Ergebnis, schnelles Gegenvor, kann es in eine andere Richtung gehen. Wir haben gut gegengehalten, auch als wir es bekommen haben, haben auch noch Möglichkeiten gehabt. Wir hatten auch das 3-0 machen von Marmo vorher, den Kopfball, im Gegenzug dann der Anschlusstreffer. Und am Ende sind diesmal wir nicht die Glücklichen, so wie gegen Lichtenberg, sondern diesmal TB im Link 2-2, was sie sich am Ende irgendwo verdient haben. Aber wir dürfen uns einfach nicht in die Situation kommen lassen, dass wir so lange das Spiel offen halten. Wir müssen das Ding beenden in der ersten Hälfte, 3-4-0 in die Pause gehen. Und dann sieht das, glaube ich, ganz, ganz anders aus. Aber ich kann meiner Mannschaft nur ein Riesenkompliment machen. Sie hat alles gegeben, sie hat alles reingehauen. Javier nach langer Pause wieder dabei, was auch was Schönes ist. Und jetzt heißt es, dass Mahlsdorf den Kopf haben nächste Woche. Schweres Auswärtsspiel. Ich wünsche, das will ich auch noch sagen, allen Frauen einen schönen Frauentag. Ich hoffe, ihr habt das genossen hier, die da waren. Ich hoffe, ein paar sehen es auch noch. Da hinten winken meine drei Höhle für Charlie, sei so schön, ne? Schön, dass ihr da seid, zu euch komme ich nachher. Und ja, sonst wünsche ich euch allen noch ein schönes Wochenende. Schade, dass wir das nicht mit dem Sieg garnieren konnten. Aber 2-2 gegen eine gute Mannschaft ist, glaube ich, dann am Ende auch erstmal okay. Egal wie es zustande gekommen ist. Dankeschön. Applaus Ja, vielen Dank. Thomas Franke. Er hat schon gesagt, nächste Woche Sonntag geht es nach Mahlsdorf. Wer mag, darf natürlich mitfahren. Wer mag, darf natürlich auch eh noch verweilen und uns feiern. Und die eine oder andere Minute noch verbringen. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende, dass ihr vor uns steht. Für euch eine gute Heimfahrt. Und für uns hoffe ich, dass wir den Schwung einfach mitnehmen. Ins Auswärtsspiel. Dankeschön. Danke, tschau. Danke, tschau.